Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Donnerstag, dem 22. Juni 2023. Ein bewegender Handelstag liegt zurück mit einem Endergebnis, wo man fast schon eher wieder denkt, es hat sich noch nicht viel getan. Aber Herr DAX, er kam heute gleich zu Beginn deutlich unter Druck und fiel zeitweise im Tief bis auf 15.810 Punkte zurück. Nur zur Erinnerung, am vergangenen Freitag standen wir noch mit einem neuen Rekordhoch bei 16.427 Punkten und an dem Freitag betonte ich ein neues Rekordhoch am Verfallstag. Darin sehe ich eben eine relativ große Gefahr und auf einen schnellen Rücksetzer sollte man hier durchaus setzen können. Das Ganze hat sich eben auch in der Realität, wie wir sehr schön ja sehen können, durchgesetzt. Heute nach den kräftigen Kursabgaben jedoch sehen wir, schlagen die ersten Bullen wieder zu. Der DAX aktuell wieder auf dem Weg in Richtung der Marke von 16.000 Punkten. Kurzfristig gesehen liegt auch eben genau in diesem Bereich von rund 16.000 Punkten der erste Kurswiderstand. Sollte man also diesen Bereich respektive bis 16.040 Punkte aus dem Weg räumen, wäre das wieder etwas positiver, zumindest was den kurzfristigen Handel angeht. Generell bleibe ich aber dabei, dass wir eben ein idealerweise Verlaufshoch hinterlassen haben mit dem Rekordhoch am Verfall und zunächst einmal weiterhin den Rücksetzer auf die Kursregion um 15.650 Punkte forcieren werden. Dann, natürlich gab es heute die eine oder andere Aktie, die im Zuge des schwachen Marktes auch unter Druck geraten war. Lassen wir doch diese einmal ausblenden und zwar auf eine mehr oder weniger schon fast geschlachtete Aktie blicken, die aber heute hat positiv überzeugen können. Die Aktie von Sartorius legte nämlich um mehr als 4% zu. Nun ja, auf Wochensicht ist und bleibt ein sattes Minus von 11% noch immer bestehen, aber die gute Nachricht für die letztendlichen Aktionäre von Sartorius ist oder sind besser gesagt, dass eben hier diese wichtige Kursunterstützung in dem Bereich von rund 294 Euro bislang zumindest exakt verteidigt werden konnte. Und das eben ist eine ganz, ganz wichtige charttechnische Erkenntnis, denn sollte man eben diese Marke aufgeben, besteht die Gefahr weiteren Abgabedrucks. Tendenziell kann die Aktie kurzfristig gesehen bis in den Bereich von rund 330 Euro ansteigen, vielleicht sogar wieder 355 Euro, aber das ist etwas, was gewiss nicht von heute auf morgen geschehen wird. Und erst einmal muss man schauen, wie viel Dynamik hier jetzt wirklich hochkommt. Ich denke, kurzfristig gesehen sind das jetzt erst einmal hier die ersten Stäppchenjäger, die zugeschlagen haben, denn wenn wir natürlich auch einmal seitens der Charttechnik uns hier ein bisschen das Bild anschauen, so sehen wir, man darf jetzt nicht vergessen, wir haben hier noch immer einen intakten Abwärtstrend. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, die natürlich auch hier dazu führen könnte, dass das Ganze nur eben technische Erholungen derzeit sind. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt zunächst einmal einen schönen Abend und bis morgen früh, selbstverständlich dann wieder mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street.